Okay, schauen wir uns an, wie du das Kinetic Title Pack installieren kannst. Okay, du bekommst ja ein ZIP-File runtergeladen, das musst du zuallererst mal entpacken. Hier ist das ZIP-File und da klickst du mit Rechtsklick drauf und dann einfach alle extrahieren. Natürlich kannst du 7-ZIP oder irgendein anderes Entpackprogramm nutzen. In diesem Ordner befindet sich dann eine Installationstextdatei, falls du kein Video schauen willst. Ansonsten hast du hier die Titelmakros und die kannst du ganz einfach kopieren und die musst du jetzt an einen ganz bestimmten Ort speichern. Um diesen Ort zu finden, gehst du nach DaVinci Resolve. Hier gehst du in Fusion rein, hier unten. Und hier möchtest du die Effects Library hier oben aufmachen. Auf Edit Templates gehen, Titles und dann hier oben auf die drei Punkte und dann Show Folder. Und dann öffnet sich jetzt hier ein Folder, wo ich schon meine anderen Titles drin habe. Und in diesem Ordner kopieren wir einfach die neu erworbenen Titles. Einfach hier so rein, zack. So, danach musst du DaVinci Resolve nochmal zumachen. Und wenn du DaVinci Resolve dann das nächste Mal aufmachst, dann findet DaVinci Resolve auch die neuen Titles. Denk dran, die neuen Titles sind für die DaVinci Resolve 17er Version und können daher leider nicht mit der 16er Version animiert werden, da ich auch vielen den neuen AnimCurves Modifier genutzt habe, um die Titel Time Responsive zu machen. Ja, und wenn ich es jetzt offen habe, dann kann ich ganz einfach aus meinen Titles Bin raussuchen und unter Fusion Transition finden wir sie dann. Wir sehen dann sogar eine Vorschau, wie das Ganze aussehen könnte. Und das Coole ist, bei den meisten Titeln hast du die Möglichkeit, ganz einfach über den Inspektor die Titel zu verändern. Du kannst zum Beispiel die Kamera animieren und sowas. Und das ist halt ziemlich cool, um schnell einfache Titles zu erstellen. Aber noch viel geiler, dass man Dinge hier direkt von der Edit-Page aus behandeln kann, ist die Möglichkeit, dass du sehen kannst, was in Fusion gemacht wurde und somit selber lernst, neue Titel zu bauen. Dazu klickst du einfach einen Title an und gehst dann hier oben unter Title auf diesen kleinen Zauberstab und schon öffnet der uns das Ganze in Fusion. Und hier kannst du mit einem Doppelklick auf das Gruppenmakro sehen, was da alles drin ist. Und wenn du mit Rechtsklick drauf gehst und auf einen Group stellst, dann siehst du das nochmal ein bisschen aufgedröselter und besser. Und ich habe zu jeder Note jeweils beschrieben, was ich hier getan habe, damit du nachvollziehen kannst, wie ich diese Titel erstellt habe. Und das für jeden der 20 Titel. Das Titelpack ist also damit nicht nur eine super Sache, um schnell mal irgendwelche Titel zu haben, sondern auch für dich zum Lernen. Und wenn du dir nicht das volle Pack gekauft hast, dann lad dir doch das kostenlose Pack runter. Ich habe dir fünf Titel kostenlos zur Verfügung gestellt. Link zu beiden natürlich in der Beschreibung.